Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge, heute schon der zweite Upload am heutigen Tag. Wir haben uns vorhin schon um die UEFA Topspieler SPC an diesem 25.02. gekümmert und jetzt wollen wir uns um die kleinen feinen Puzzle SPCs, die auch noch gleichzeitig dazu rausgekommen sind, kümmern. Das ist zum einen die klare Ansage SPC und zum anderen die Shapeshifter Challenge, Squad Building Challenge. Ihr seht es im Submail, aber auch im Titel, zweimal wollen wir die heute abschließen. Warum? Und zwar ganz einfach, wir werden auf dem SPC Account zweimal die SPC abschließen und zweimal auch auf dem Hauptaccount. Da ist es wieder Meister in dieser Challenge mit UEFA Champions League Spielern, 22 Stunden noch da verbleiben und wir haben die Shapeshifter Challenge SPC zwei Tage vorbeibend da bei dieser Squad Building Challenge. Die Frage ist natürlich, was bekommen wir großartig zurück? Wir bekommen zum einen ein 35k Set zurück, untradeable bei der klaren Ansage SPC und zum anderen bekommen wir ein Jumbo Gold Pack, das also tradable bei der Shapeshifter Challenge SPC zurück. Bevor wir rein starten ins Video, könnt ihr das Video schon mal gerne supporten mit einem Daumen nach oben. Ich gebe hier eigentlich schon mal das Like-Ziel, 300 Likes raus, aber ich denke mal nach oben ist auf jeden Fall keine Grenze gesetzt. Insofern zerstört gerne den Like-Button, wenn euch die Art dieser Videos gefallen. Ihr könnt gerne auch die Topspieler SPC nochmal abchecken hier auf dem Kanal und falls euch der Daily Content gefällt, einfach Support da lassen. Gerne reinschreiben, was ihr in diesen jeweiligen Sets gezogen habt. Hattet ihr Packlack, ja oder nein? Habt ihr vielleicht sogar schon eine Shapeshifter-Karte gezogen? Alles Sachen, die mich natürlich gerne interessieren. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, wenn ihr keine weiteren Squad Building Challenges mehr verpassen wollt, auf kostenfreie Basis uns auf dem Weg zu den 40.000 Abonnenten auch gerne helfen, supporten mit einem Abo. Und schon mal erste Informationen vorneweg am Anfang dieses Videos. Ich werde nach der Champions League online gehen, und zwar bei Twitch. Also, falls ihr uns mal live sehen wollt, oder spezifisch jetzt mich heute mal live sehen wollt, gerne bei Twitch einfach mal vorbeischauen. Unten in der Beschreibung findet ihr die Links, aber auch da heißen wir Archie Gaming. Gerne also da mal vorbeischauen. Bevor wir in die beiden Squad Building Challenges heute reinsteigen, ist mir noch eben was aufgefallen, und zwar, das habe ich gar nicht im ersten Video des heutigen Tages erwähnt, wir haben auch noch eine Objective-Aufgabe dazu bekommen. Jetzt passend zu der Champions League, und die finden wir hier unten. In der letzten UCL-Ko-Phase, da bekommen wir als Gruppenreward ein Prime Gold Spieler-Pack zurück und 400 Erfahrungspunkte. Wir müssen folgendes machen, triff in Squad Battles oder Rivals mit UCL-Spielern aus der Bundesliga und der Premier League. Dann noch, triff in drei separaten Squad Battles-Partien oder Rivals-Partien, Schwierigkeit Profi mit UCL-Spielern. Und als letztes, Europa-Pässe bereiten Squad Battles oder Rivals mindestens auf Profi zwei Tore mit UCL-Spielern vor. Ja, und da haben wir auch einen Tag und 22 Stunden verbleibend, und wie gesagt, bei Twitch werde ich das Ganze grinden, auf jeden Fall auf dem Hauptaccount, falls ihr das nicht verpassen wollt. Und generell Grinding und FIFA an sich, checkt gern, wie gesagt, einfach mal Twitch ab. Also, wir fangen ran mit der klaren Ansagen Squad Building Challenge. 22 Tage verbleibend, 22 Tage, 22 Stunden verbleibend, und wirklich relativ simpel. Warum, sage ich, ist es mega simpel? Ganz einfach, wir haben folgende Bedingungen. Vereine mindestens fünf, wir haben Spieler aus derselben Liga, maximal drei. Spieler mit derselben Natualität mindestens fünf, selten oder höher verschiebt, Champions League selten, mindestens drei. Und wir haben mindestens 75 die Team-Gesamtwertung. Also wirklich sehr, sehr low-rated, aber auch die Teamschmie liegt nur bei 85. Und jetzt wegen den Bedingungen oberhalb, Vereine mindestens fünf, Spieler aus derselben Liga maximal drei. Und Natualitäten mindestens fünf, ganz, ganz einfach. Ihr geht einfach auf eine Nation und guckt, dass Spieler aus derselben Liga maximal drei nicht überschritten wird. Ja, ich habe mich jetzt einfach wieder für eine Top-Nation entschieden. Ihr entscheidet euch gern auch für Argentinien, Brasilien, England, Frankreich, Deutschland für irgendeine Top-Nation, die ihr gerade am Start habt. Ich habe mich jetzt hier mal für Brasilien entschieden. Das Erste, was wir machen, sind natürlich unsere Goldspiele einfach mal raussuchen, denn wir brauchen ja ein bisschen an Rating. Wir packen die hier drauf auf die Bank erstmal und dann werden wir sie natürlich nach und nach immer mal wieder reinstellen, die Spieler. Also ihr seht, ja, selten, aber der UEFA Champions League selten, mindestens drei. Wir müssen keine von den UCL-Karten abgeben, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann stellen wir die Spieler einfach mal rein, so wie wir sie hier gerade haben. Zack, zack und zack. Dann der Innenverteidiger, der Linksverteidiger und dann haben wir noch einen brasilianischen Stürmer. Ich glaube, wir haben auch noch einen Innenverteidiger, genau da ist er. Raul, da ist er, zack, packen wir rein in die Innenverteidigung und der Stürmer, der kann gleich irgendwo hin. Schauen wir mal. Ja, und weil ich jetzt die beiden Innenverteidiger aus der portugiesischen Liga habe, aber keinen brasilianischen Torhüter. Oder habe ich einen? Ich meine nicht. Wir könnten theoretisch jetzt ihn nehmen, nehme ich aber nicht. Warum? Weil er wahrscheinlich teuer ist. Ich gehe dafür jetzt einfach, weil ich, wie gesagt, die beiden Innenverteidiger habe aus der portugiesischen Liga. Auch hier wieder in die portugiesische Liga und werde da Marchessant oder Marchessin reinstellen. Und der Rest, ja, der wird mit Brasilianern jetzt aufgefüllt. Das heißt, wir stellen folgendes aus und zwar Gold. Gehen wieder rein in die brasilianische Nation und gucken, okay, was habe ich jetzt eigentlich noch für Spieler am Start? Zum Beispiel einen LM, den wir noch brauchen. Zum Beispiel ihn hier vielleicht als LM. Mal gucken, vielleicht einen ZM, den wir vielleicht brauchen. Vielleicht ein paar Bronzespieler haben wir am Start. Und da haben wir zwei, vielleicht brauchen wir die. Also packen wir die mal hier rein. Goldkarten haben wir ja gesehen, haben wir nicht mehr, ja. Das heißt, dieser Baptista oder wie er auch immer heißt, kommt hier rein in die Mitte. Einer von den Bronzespielern, zack, hier rein, die mal kurz wechseln. Dann nehmen wir einen LM noch mit rein und haben schon mal 83 Team Schmie. Und dann kommt ein weiterer Brasilianer einfach noch hier mit rein. Zack, gerne der Bronzespieler. 86 Team Schmie, seht ihr hier. Und wir können jetzt theoretisch, chemiemäßig, falls ihr das Ganze 1 zu 1 nachbauen wollt, können wir das Ganze theoretisch auch so machen. 93 Team Schmie, so könnt ihr das Ganze theoretisch 1 zu 1 nachbauen. Und so gehen wir das Ganze kurz einmal durch. Also ihr seht die Namen, ihr seht, für was habe ich die gekauft. Und ich denke, das hilft euch auf jeden Fall im Großen und Ganzen einfach weiter. Mein Tipp also, schaut, was habt ihr im Verein. Tradable, aber auch untradable. Und nehmt einfach, ihr seht viele untradable, aber auch low-rated Spiele am Start. Geht einfach ganz entspannt in eine Nation. Wirklich schwierig ist das überhaupt nicht. Und wir können jetzt mal kurz gucken hier, was zum Beispiel dieser Brasilianer hier kostet. Und ihr seht ja, so wirklich gestiegen ist der nicht. Ja, ich werde ihn also jetzt einfach kurz mal wechseln. Aber wieder das Ganze für ein Mega-Pack. 35 K-Set. Ich meine, 35 K-Set ist ein 35 K-Set. Besser geht es eigentlich gar nicht. Und das werden wir jetzt hier erstmal abholen. Wie gesagt, gleich springen wir auch noch auf den Haupt-Account. Jetzt aber kurz mal spontan noch zu dieser Shapeshifter-Challenge. Jumbo Gold-Pack gibt es da zurück. Ich dachte, die packen wir einfach auch noch mal rein hier ins Video. Dann gibt es direkt 4 Packs. Und ich denke, ihr feiert das auf jeden Fall. Wenn es direkt auch mehr Sets gibt. Spiele aus der selben Liga müssen wir da maximal 3 abgeben. Dann, Spiele aus einem Verein maximal 2. Gold mindestens 9. Teamspiele mindestens 60. Wir haben kein Rating vorgegeben. Ganz, ganz wichtig. Und das heißt, Spiele am Team sind 11. Ja. Ihr seht die Formation. Was mache ich? Ganz einfach hier vorne erstmal ein Dreieck bilden. Das gebe ich euch als Tipp. Und dafür gehen wir und zwar in eine Liga. In wieder eine Top-Nation oder ja, Top-Liga in dem Fall. Und bei mir ist es jetzt so, dass wir hier einfach mal in die Bundesliga gehen und uns für einen Deutschen entscheiden. Dann geht es weiter mit Hoffmann zum Beispiel. Oder Hofmann, wie man ihn auch immer aussprechen will. Und dann geht es mit einem weiteren Deutschen weiter. In ZDM. Wenn wir ihn finden. Strobel hier. Und ich glaube, hier können wir sogar Low-Rate-Spiele nehmen als Uth. Das ist doch perfekt. Können wir den gerne nehmen. Ist ja überhaupt kein Problem. Und dann hier jetzt einfach einen Spanier oder einen Deutschen nehmen. Im ZM, wie gesagt, die Goldkarten haben wir jetzt abgehakt. Ja, das heißt, hier gehen wir jetzt einfach mit Deutschland. Ja, stellen einen hoch, niedrig. Zack. Und stellen jetzt Hölscher zum Beispiel hier rein. Und ihr seht, 81 Team-Schmie. Mehr als genug Team-Schmie. Wir gehen das Ganze kurz wieder durch. Ich denke, vom Prinzip her habt ihr das Ganze verstanden. Und da muss ich euch, denke ich mal, auf jeden Fall nichts weiter sagen. Ja, also prinzipmäßig dürfte euch das jetzt klar sein, wie man diese beiden Squad-Building-Challenges abschließt. Für die, die die Hilfe brauchen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch an Pack-Lack. Das ist ganz, ganz klar. Also mal gucken, was hier in diesem Jumbo-Gold-Pack noch drin ist. Eine kleine, feine Puzzle-SPC, die man halt, wie gesagt, mitnimmt. Und Chef-Tripture-Challenge damit abgeschlossen. Zack, Jumbo-Gold-Pack. Zack, ready to go. Und dann, bevor wir jetzt gleich rüberspringen auf den Haupt-Account, machen wir natürlich, natürlich, natürlich erstmal die beiden Sets auf. Also, zack, er wird verkauft. Und wir ziehen jetzt hoffentlich was Geiles, was wir verkaufen können. Oder was an Tradables. In Megapack vielleicht. Mal gucken. Also, Set Nummer 1. Komm schon hier. Hashtag Pack-Clack in die Kommentare. Und wir ziehen erstmal kein Wand, auch kein Walkout-Spieler. Das heißt, wir können da schon mal auf jeden Fall weitermachen. Mal gucken, was sich dahinter noch versteckt. Oh, ein Player-Pick und Tete-Tradable. Das ist natürlich überhaupt gar nicht mal so schlecht. Denn die UCL-Karten sind natürlich auch ein bisschen was teuer. Ich behalte ihn einfach mal hier im Verein auf jeden Fall. Und wir gucken mal, was wir als Player-Pick hier haben. 75er bis 80er auch nur. Da nehmen wir gerne Christian Tello mit. Und definitiv als Seltener. Und LM gute Position. Ihr seht, einige Sachen wieder zum Verkaufen. Also macht das natürlich gerne. Und McTominay kommt auf die Transferliste. So, erstes Megapack. Komm schon, EA. Gönnst du eher auf dem Hauptaccount oder auf dem SBC-Account? Und wir fangen an. Oh Gott. Kann das doch besser werden? Das ist die große Frage. Kann das Ding noch besser werden? Wir springen gleich direkt rüber zum Hauptaccount. Diaz, Iborra, Rodrigo. Als er noch seine FS-Karte hatte, fällt mir da gerade nur zu ein. Viele Heilungskarten. Ja, ist ein bisschen schade. Ist ein bisschen schade. Also, das zu den ersten beiden Sets. Nacho Fernandes. Müssen wir leider abstoßen. Ja, ist ein bisschen schade. Aber machen wir natürlich. Und damit würde ich sagen, springen wir rüber auf den Hauptaccount. Let's go. So, Freunde. Und dann sind wir zurück mit den beiden Squad-Building-Shedges. Klare Ansage. Damit fangen wir einfach direkt mal an. Und hier bin ich auch mit einer Nation gegangen. Und auch das könntet ihr theoretisch 1 zu 1 nachbauen, wenn ihr denn die Spieler im Verein habt. Nein, Spaß beiseite. Das Ganze könnt ihr nicht 1 zu 1 nachbauen. Ja, ihr seht ja, ein paar sind wirklich komplett out of position. Torwart, Stürmer und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Grundprinzip bleibt gleich. Einfach in eine Nation gehen. Irgendwie diese 85-Teamschmier hinbekommen. 75er Rating sowieso. Und dann gehen wir kurz hier wieder komplett durch. Ihr seht die Namen, falls ihr sie braucht. Und so weiter und so fort. Und damit haben wir dann, ja, die erste Squad-Building-Challenge. Piatia habe ich vergessen. Ist auch noch am Start. Fertig. Klare Ansage. Mega-Pack untradeable. Ich habe jetzt hier schon ein Set drin. Das ist aber wahrscheinlich dann für den Stream. Ich will jetzt dieses Video nicht quasi verfälschen. Deshalb machen wir wirklich nur dieses Mega-Pack auf. Und dann halt von dieser Shapeshifter-Challenge noch dieses zweite wunderbare Set. Und hier habe ich euch jetzt mal beispielsweise, ja, wirklich komplett randommäßig was zusammengestellt. Denn ihr seht, ja, zum Beispiel als Rechtsvertreger ein Stürmer drin. 60 Team-Chemie brauchen wir wirklich nur. Ich habe jetzt hier 71 Team-Chemie. Alles Erstbesitzer, alles im Verein gehabt. Und ihr seht hier, kreuz und quer. Ein bisschen was an Chemie zusammenbekommen. Wegen Nationen und so weiter und so fort. Neun Spieler, die Gold sind abgegeben. Und dann wirklich einfach abschicken, das ganze Ding. Es hat kein Rating. Also ihr könnt wirklich abgeben, was ihr wollt. Und es ist ja auch nur ein Jumbo-Gold-Pack. Also quasi ein 10k-Pack. Ein großes 5k-Pack. Beziehungsweise ja, dadurch halt ein 10k-Pack, wenn man denn so möchte. Und damit holen wir uns auch das ab. Und jetzt öffnen wir die beiden wunderbaren zwei Sets. Und hoffen natürlich auf besseres Pack-Lack als eben. Das ist doch ganz, ganz klar. Denkt auch an die Verkäufe, die ihr machen könnt durch die ganzen Squad-Building-Challenges. Das auch bitte, bitte niemals vergessen. Ja und damit würde ich sagen, fangen wir an. Jumbo-Gold-Pack. Come on, let's go. So, erstes Tradable-Sets hier nach langer, langer Zeit hier auf dem Haupt-Account. Und wir bekommen schon mal einen Non-Rare. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Aber ey, ey, es ist Egobe. Der ist gar nicht mal so schlecht. LM Premier League. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Hier aus dem Set. Oh, das ist sogar überhaupt gar kein schlechtes Set. Wir haben noch LW hier mit am Start. Oh, yes, Freunde. Und ein Raphael. Richtig gutes Set. Also da können wir richtig einige Sankoins rausziehen. Und ein Hunter. Alter, wie geil ist das denn? Jo, das läuft doch schon mal direkt besser als eben. Oh mein Gott. Leeds United. Ist das auch noch was wert? Ne, leider nicht mehr. Für 200 kriegen wir es auf jeden Fall verkauft. Aber das gefällt mir doch schon mal richtig, richtig gut. Wir packen erstmal alles in den Verein. Und der Rest kommt erstmal auf die Transferliste. Ja, und jetzt das Mega-Pack. Mal gucken. Ist mir jetzt eigentlich auch schon egal, was da drin ist. Wird es ein Shapeshifter oder keiner? Hunter eben schon im Set gehabt. Es wird kein Wand oder auch kein Walkout-Spieler. Das ist traurig, dass wir echt hier keine Wand ziehen konnten heute. Ich glaube, es war keine Wand am Start. Wir bekommen 82er Duris, den ich glaube ich schon im Verein habe. Ich bin mir gerade nicht sicher genau. Was ist mit ihm los? Gucken wir mal nach. Ja, haben wir schon im Verein. Nein, Zagadou noch mit am Start. Nice. Hier wieder eine UCL-Karte. Also definitiv brauchbar für die nächsten Z. Das ist ja wie gesagt ein Tradel. Ein paar Fitness-Karten. Z und ZM ist nice. Ja, das ist definitiv nicht schlecht. Nicht von schlechten Eltern. Ist der andere Tradel? Ja, perfekt. Ist er sogar. Also perfekt. So können wir das Ganze beenden, das Video. Ihr schreibt mal rein, was habt ihr gezogen in den beiden Sets. Und damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt Support. Und wenn ihr dieses Prime-Gaming-Spieler-Set sehen wollt, schaut gerne gleich rein bei Twitch. Und dann sehen wir uns da wieder. Insofern reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.